Hier sehen Sie den Frühstücksbereich. Ganz, ganz toll eingerichtet. Es gibt ein super leckeres Buffet. Das habe ich euch abgefilmt. Das kommt in einem weiteren Video. Und hier kann man schön sitzen. Wenn man hier die Ecke hat, kann man fast bis zum Rhein runter schauen. Und hier hinter der Wand ist das Frühstücksbuffet.